Willkommen! Wer wird dieses Jahr nach Paris fliegen zum Finale? Also ich werde hinfliegen, aber definitiv nicht als Teilnehmer. Ja, welcher von unseren Teilnehmern da uns vertreten darf? Für Anime Expo in Paris. Japan Expo, genau. Japan Expo. Dann auch da. Wow. Dadurch, dass aber die Teilnehmer auch wunderbar bewertet werden müssen, und dafür haben wir unsere Jury. Da haben wir einen riesen Applaus für unsere Jury. Unsere Jury wird es entscheiden. Genau. Und wer kann sich die Jury besser vorstellen als die Jury selbst. Also ihr habt ein Video, viel Spaß. The stage is yours. Hey guys, my name is Evay. I'm a TikToker and Cosplayer since 2012. Actually known for my Andy Leonard Cosplayer. So, probably you don't know me in this Cosplayer. And it's the first time for me in the Jury. So, I'm really excited. Thanks to meet you all. Hi, ich bin Jasna Jäger. Ich bin heute das erste Mal hier, also bei dem ECG in der Jury. Ich bin Cosplayerin seit einem Jahr erst. Also das ist für mich noch ganz neu und sehr aufregend, das halt alles zu machen. Aber ich bin froh hier zu sein. Ich freue mich auf euch alle. Und alle, die mitmachen, sehen gut aus. Sie sehen toll aus. Und haben sich sehr viel Mühe geblieben. Hi guys. I'm Yuji Koi. I'm a Vietnamese Cosplayer, who is currently living in Switzerland. Ich kann auch Deutsch, aber nicht so gut. Ich lerne noch. Ich bin Cosplayer seit 2011. Und ja, das ist die erste Mal, ich bin der Jury für ACG. Und ich bin sehr froh, wie großartig die Contestanten sind. Und ich danke euch alle, für heute hier. Ich hoffe, ihr könnt euch alle hier übernehmen. Ich bin Sette Noves. Hey everyone, ich bin Sette Noves. Ich bin ein Cosplayer aus der Netherlands. Ich bin Cosplayer seit 2008, also ich bin allein für eine lange Zeit. Ich habe nur in Multiple Competitions, aber es ist die erste Mal bei der Jury, also ich freue mich sehr, was ihr bringt. Also meine Frage zu euch, sind Sie bereit? Und ich bin Sette Noves. Und ich bin Sette Noves. Und jetzt nicht so viel zu viel und dann sehen wir, was alle bringen zu dem stage, und sehen die awesome Cosplayer. Denn wir haben sie gesehen, aber jetzt ist es Zeit für euch. Was diese Busslein, die du willst?